Eine kleine Inspiration für deinen heutigen Tag zum Thema gesetzte Anziehung. Viele von uns kennen The Secret und in The Secret fehlt ein kleiner Schlüssel, weil du bekommst nicht das, was du dir wünschst, wie es da beschrieben wird. Du bekommst das, was du bist. Wenn ich jetzt einen Wunsch habe und mir den klar mache, wenn ich mich da rein versetze, welche Eigenschaften hätte ich, wie würde ich fühlen, wie würde ich denken? Und das jetzt schon integrieren, das jetzt schon sein, das ist die Aufgabe beim gesetzte Anziehung. Das ist die Aufgabe und die ist nicht ohne. Sie ist nicht ohne. Kannst du jetzt schon definieren, was du sein willst und die Eigenschaften und Gefühle, die dahinter stecken, jetzt schon leben? Du ziehst das an, was du bist und nicht, was du dir wünschst. Also kannst du jetzt schon das sein, was du dir wünschst und Geduld haben, Geduld haben, dass das, was du noch nicht sehen kannst, trotzdem noch kommen wird. Das ist die große Aufgabe. Ich wünsche dir ganz viel Kraft dabei und bin mir sicher, wenn du dran bleibst, wirst du es schaffen.